Ich habe den ältesten Profi-Brawl-Star-Spieler der Welt getroffen und habe ein kleines Interview mit ihm gemacht. Was glaubt ihr, hat dieser Opa wirklich schon mal Brawl Stars gespielt? Und was denkt ihr, wie heißt er in Brawl Stars? Also, ich bin hier mit Dirk, der ist professioneller E-Sportler in Brawl Stars, richtig? Ja, genau. Okay, wie ist denn Ihr In-Game-Name? Dirk Pro 38. Und wie viele Pokale haben Sie? Knapp unter 60.000. Okay, und welches ist Ihr Lieblings-Brawler? Ja, Kroko, den habe ich ran 35.